Ah, keine Kills? Wieso habe ich jetzt keine Kills gemacht? Naja, egal. Ja, ja. Ja, ja. Was soll ich erwarten? Wenn sie VR-training diese Kills, ich denke, es wird nicht so sein, wie Ihr typischer IT-Departement. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die meisten von ihnen werden sicherlich beobachten von Lebensunternehmen. Feeding oxygen und nutritionen zu den Kills, die Kills haben. Sie auch brauchen die Server für sie die VR-daten. Aber in terms of Strascher, es ist wirklich mehr Kills-Kills-Kills-Maintenance als Server. Aber es macht es ein einfaches Euphemismus für was sie wirklich machen da. Ja, wie die CIA-agenten, wo sie arbeiten, als die Firma. Ja. Einmal so etwas wie das würde niemals ausprobieren, dass ein Rank-and-File-Staffen es hört. Und ich bin sicher, dass diese Komplikationen in dieser Operation fühlen besser als nicht die VR-training-Room. Even etwas so einfach wie ein Name kann helfen einem zu ignorieren die Wahrheit, was sie machen. Es ist wirklich faszinierend, wie das Gehirn funktioniert. Also, dieses Whatever Room, das ist wo die Sundowner ist, nicht wahr? Wenn er will einen Kampf, ich wünsche ihn einfach mit es. Er hat nicht gesehen, dass er die Zeit zu schlafen und schlafen. Well, er ist in charge of die Sicherheit. Aber ich glaube, das ist nicht mit der Arbeit. Wenn ich hätte zu denken, würde ich sagen, er ist mit dir zu spielen. Testen mit dir, vielleicht. Whatever er macht, wird es nicht verändern, was wird passieren, als ich endlich zu treffen mit ihm. Gut. Mal gucken, was wir da finden. Ah, da war gerade eine Nachladeruckler. Nicht schön. So, wie viel haben wir eigentlich? Elektrolyt-Paket, äh... Ach, und davon haben wir nur zwei. Ja, ich habe gerade viele verbraucht, dummerweise. Hm. Was? Miss Chål? Jesus. Lord? Es wird von mir sein, bis jetzt zurück bei mir zu gehen. Ich kann das nicht auf meinen Weg sein. Oh! 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 Hier? Auwa! 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 Boah! Naja, Stangenwaffe gegen... Das ist Trash? Das glaube ich... Okay... Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Boah... Wie komme ich jetzt gegen die an? Ich glaube... Das ist dann nicht mehr... Ich glaube... Ich glaube... ... Ich glaube... Wow Ja So ein paar Teile davon kann man sich ja immer gerne geben Was? Wow Ah, wer weiß Hey Wow Wart mal Wär vielleicht ganz gut Wie? Wie kämpft man gegen das Ding? Wie wäre das so wichtig? Mit dem Panzer? Also Boah Ding weckt mich auf Aua Verdammt, wie soll man gegen so ein Ding kämpfen? Oh Dez Boah Wie soll man gegen so ein Ding kämpfen Granate Rote Phosphorgranate Ne Elektromagnetische Also als erstes einmal So und dann versuch ich es mal mit einer elektromagnetischen Granate Oh Das ist natürlich dumm, wenn man Ähm Sagt, ja Okay, also elektromagnetische Granate funktioniert Boah Das gibt es doch nicht Also ne Impeaky Granate Wie soll man gegen das Ding kämpfen Also EMP Granate fungiert Gut Ja, ich werde verlieren Kann ich euch jetzt schon sagen Ja Das werde ich verlieren Das geht mir ein bisschen auf den Sack, ne Diese Monsoon Also ich muss erst Ne EMP Granate auf die werfen Erst ne EMP Granate auf die werfen Und dann Was? Miss Chow Sie ist Oh Oh Es ist Schwer von dir bei SPS Sein Kampel Fein Eder Das war's für mich. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.